Musik Servus und Grüß euch zu einer Mod-Verstellung hier auf meinem Kanal. Eine weitere Mod-Verstellung für Transport-Fieber 2. Nachdem uns jetzt ja das Glück zuteil geworden ist, dass ja dann mit dem letzten Patch alles wieder möglich ist, dass Fahrzeuge oder Mods mit benutzerdefinierter Ladungsanimation möglich sind, gibt es jetzt vom Herrn Karl-Loyd einige neue Modelle, die ja schon in Transport-Fieber gebaut haben. Das sind jetzt dann auch eben in Transport-Fieber 2 möglich. Wir schauen uns jetzt hier mal die Falz 121 an, die er für Transport-Fieber 2 umgesetzt hat. Wir sehen hier mal einen der Waggons, die Falz 121. Ich muss gleich mal dazu sagen, falls jemand einmal die genauen Bezeichnungen weiß, könnte das einmal jemand in den Kommentaren reinschreiben. Die Falz sind ja grundsätzlich eine Gattungsbezeichnung. Die sind vielachsige offene Schildgutwagen, aber es gibt eine Menge Unterwagonsbezeichnungen für die Dinger. Was das Falz 121 für glaube ich genau aufgeschlüsselt heißt. Ich gehe mal davon aus, dass einer der Buchstaben auch wieder die Geschwindigkeiten meint damit. Und ich glaube so viel, ich weiß eben, dass das F am Anfang heißt, dass es ein offener Wagen in Sonderbauart ist. Einer der Buchstaben müsste wahrscheinlich wieder die Geschwindigkeit angeben, aber was der Rest soll es so genau heißt. Und 121 habe ich eigentlich jetzt mal nichts genaues darüber gefunden. Also wenn jemand darüber was weiß, gerne in die Kommentare bitte dazu reinschreiben. Die Falz 121 ist ein offener, trägestellter Schüttgutwagen mit schlagartiger Schwerkraftentlauerung. Man sieht also hier oben wird das Schüttgut eben reingefüllt oben, wie in einem, kann man es gewohnt, Trichter mal nennen. Und hier sieht man eben am Wagen dann oder am Waggon vier große Klappen auf der Seite. Zwei links, zwei rechts, die eben dann über ein bestimmtes Ventil geöffnet werden können, sich dann gleichzeitig öffnen. Und die Ladung dann eben nach unten rausfällt. Dementsprechend muss ja die Entladevorrichtung beim Zielort dann so sein, dass halt das Ganze hier unten dann über Gitter eben nach unten weitergearbeitet wird. Oder das Ganze eben einfach nur ins Gleisbett fällt, was natürlich auch nicht sinnvoll ist. Also es gibt ja dann Entladungen bei bestimmten Positionen, die ja dann hier ein Gitter auf der Seite haben, wo das Ganze eben dann nach unten wegfällt und eben dann dort abtransportiert und weiterverarbeitet wird. So, hier sehen wir einmal den schönen Verkehrsroten, den DB Schenker Lackierung. Bei jedem Modell, ich habe es hier eben alle aufgestellt. Schauen wir es uns mal hier ganz kurz an. Können wir eben hier einmal von oben rein gucken. Man sieht es eben, wenn der Waggon leer ist, das Schüttgut wird hier oben eingefüllt und fährt dann hier über diese Kante eben nach links, rechts runter. Und hier sind eben dann die Klappen, die dann geöffnet werden. Dann fällt das Ganze eben, wie gesagt, hier nur durch Schwerkraftentladen raus. Das ist kein zusätzlicher Antrieb. Das Ganze wird also nur über die Schwerkraftentladen. Man sieht also hier die vier möglichen Beladungszustände oder Beladungsvarianten, die es eben im Transportfieber zwar gibt es für die Waggons, einmal natürlich die leere Variante. Dann kann man eben einmal Erz damit fahren, einmal Kohle damit fahren und einmal Steine damit fahren. So, die Lackierungen, die es eben gibt oder Varianten, können wir uns dann auch später, oder gleich nochmal im Depot angucken, sind einmal die DB Schenker Variante. Ich schwenke jetzt immer so um vier Waggons weiter nach vorne. Dann sehen wir hier einmal die DB Schenker Variation mit Graffiti 1. Man sieht also, dass sich hier wieder ein paar Künstler an den Waggons verewigt haben und das Ganze ein bisschen farblich lackiert haben. Die Waggons sind dann nicht mehr in so einem kräftigen Rot, sondern sind schon etwas gealtert. Oder man hat es auch ein bisschen abgenutzt. Und natürlich wieder von ein paar Künstlern mit Kunst versehen worden, wie immer man das auch nennen mag. Das gleich gibt es in der Graffiti Variante 2. Sieht also jetzt immer hier, die vier Wagen mit Leer, Steinen, Kohle und Erz beladen. Und die Graffitis haben natürlich immer die gleichen auf den Waggons dann. Dann gibt es das Ganze nochmal in DB Cargo Lackierung hier in Rot, ohne dass sich die Künstler daran verewigt haben. Und natürlich auch die künstlerischen Varianten gibt es dann wieder in der Graffiti 1 Abstufung und in der Graffiti 2 Variante haben wir es hier. Das sind also dann diese DB Cargo Varianten. So, dann haben wir hier einmal die DB Variante. Dann nehmen wir in Rot, sondern in diesen Braun. mit Systemlösung ABB und Schüttgut. Das ist also nicht jetzt von einem zusätzlichen Künstler, sondern es ist dann so, es ist gewollt. Und natürlich gibt es dann die auch in normaler Lackierung, ohne dass sich irgendjemand daran zu schaffen gemacht hat, oder die Waggons zusätzlich lackiert hat. Mit dem normal einfachen DB Logo in dem Braun. Dann gibt es das Ganze natürlich wieder etwas abgenutzt, wie man das Ganze wieder hier sieht. Mit künstlerischer Gestaltung drauf in der Variante 1 und dann gibt es das Ganze noch in künstlerischer Gestaltung mit Variante 2. Also auch wieder mit den Graffiti Repaints, wie ich es immer so schön sage. Tja, wenn sowas irgendwo rundum steht, muss ich halt irgendeiner dran verewigen. Dann muss ich jetzt schreiben, ich bin hier gewesen oder sowas. Keine Ahnung. Und man sieht also jetzt hier mal so, ich muss ein bisschen weiter rauszoomen, dann nochmal ein bisschen weiter rauszoomen, dann sieht man hier mal, bis wir mal alle Modelle haben, die in dem Mod enthalten sind, ist doch schon ein ziemlich großer Abstellbereich notwendig hier. Die Map, die ihr hier übrigens seht, ist vom User Micha, die er mir zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür. Es wird auch im Anschluss an die Motorstellung oder in der Motorstellung noch ein paar Phasequenzen geben, wo man die Wagons dann in Betrieb sieht und hört. Und würde sagen, wir schauen das Ganze jetzt hier nochmal in einem Depot an. Jetzt müssen wir es natürlich einschalten. So, dazu brauche ich natürlich jetzt erst mal ein Depot und kein... Das haben wir hier hinten. So, dann können wir hier mal Fahrzeug kaufen gehen. Gehen wir einmal auf die Waggon- und Cargoabteilung. Müssen wir mal ein bisschen nach unten scrollen. Und dann haben wir hier die Fallens 121 in diesen 10 Varianten. Schauen wir uns mal die technischen Daten zuerst an. Eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer. Eine Kapazität von 4 bis 19 Einheiten. Als Lautungsgüter sind eben, wie man hier sieht, Kohle, Erz und Stein möglich. Das Ganze mit einer vierfachen Lautungsgeschwindigkeit. Eine Emission von 0. Die Waggons haben ein Leergewicht von 24 Tonnen. Und der Rest ist dann soweit erklärend. Der Fallens 121 ist ein vierachsiger Schüttgutwagen zum Transport von witterungsunempfindlichen Schüttgütern. Die Wagen wurden 1994 in Dienst gestellt. Hier sehen wir es also nochmal. Fallens 121 von DB. DB AG mit der ABB-Werbung. Die DB AG Graffiti 1 und Graffiti 2 Variante. Dann haben wir hier die roten DB Cargos. Wieder in zwei Graffiti-Varianten, wie wir gesehen haben. Und dann gibt es das Ganze nochmal von DB Schenker. Und auch zwei mal mit künstlerischer Umgestaltung, wenn man es so nennen will. Das sind also die Waggons hier. Wenn jemand die Fake-Varianten auch aktiviert hat über die Lua-Datei, wird er sich wundern, weil er sieht sie hier nicht. Also man sieht also auch hier, wenn man durchschaut, wo sind sie denn, wo sind sie denn, wo sind sie denn. Muss man also einmal hier dann noch Fahrzeuge alle umschalten. Kann hier ein bisschen durchscrollen. Und dann wird man auch hier die Fake-Varianten sehen. Man sieht also hier die 16 Fake-Varianten von DB AG. Man sieht dann die 12 Varianten von DB Cargo. Und man sieht und findet die 12 Varianten von DB Schenker hier. Dann auch nochmal, wie zum Beispiel bei einer Variante gesehen. Einfach mit Erz beladen, mit Kohle beladen, mit Steinen beladen oder als leere Variante. Und das natürlich dann für jeden Typ des Waggons, die es gibt. Eben auch mit Graffitis und so weiter. Kann man also seine Züge zusammenstellen. Für die Schömbauer dann möglich eben auch das Ganze mit den entsprechenden Fake-Varianten zu bestücken. Und die normalen User, die halt das Vanilla-Game spielen oder halt dann auch normale Waren transportieren wollen, die können halt die normalen Fallen so nicht 21 dann nutzen. So, wie gesagt, werden wir uns jetzt noch ein paar schöne Phaser-Könsten hier auf der Map anschauen. Hoffen Sie, dass euch die Modsvorstellung soweit gefallen hat. Hier sehen wir nochmal den Überblick über die ganzen Waggons. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns zu einem meiner nächsten Videos auf meinem Kanal wiedersehen würden. Wie gesagt, wenn jemand die genaue Bezeichnung weiß, was dieses Fallens 121 wirklich komplett aufgeschlüsselt hat, bitte gerne in die Kommentare drunter schreiben. Liebe Grüße an den Karl-Leuth, vielen Dank für diesen Mod. Grüße natürlich an meine Kollegen in die Mod-Werkstatt. Wenn der Mod veröffentlicht ist, wird er natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr ihn ganz leicht finden. In diesem Sinn wünsche ich euch noch alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Euer Maverick. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.